Deutsche müssen für die Ukraine ihren Wohlstand opfern. Wir müssen unseren Wohlstand für die Ukraine opfern. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man lange natürlich überhaupt nicht angesprochen hat, Kieran. Die Ukraine hat massivste Vorkommen an seltenen Erden. Stoffe, Rohstoffe, die für die Wirtschaften der westlichen Welt genauso wie für die Wirtschaften der BRICS-Staaten, also China und Russland, sehr, sehr wichtig sind. Man will natürlich der Bevölkerung nicht sagen, das ist ein Ressourcenkrieg. Hey, wir opfern hier drei, vier, fünfhunderttausend Leute, zerstören eine ganze Generation, weil wir wollen wichtige Stoffe nachher aus der Erde holen können. Und wir wollen, dass wir die Kontrolle darüber haben. Das lässt sich nicht gut verkaufen. Also verkauft man den naiven Michel, lieber die Story. Ja, hier geht es um den Erhalt der Demokratie. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn Putin hier durchbricht, dann wird er sich ganz Europa holen. Zum Thema Putin will sich ganz Europa holen. Und da gibt es hier ein schönes Zitat. Und zwar war das erst beim Lanz in der Sendung. Da saß der Hofreiter von den Grünen mit dabei. Da hat der langjährige Militärexperte und Diplomat Richter bei Lanz Folgendes erklärt. Wir fügen das gerade mal ein. Was er denn für den Kriegsgrund hält? Aber ich glaube, ich habe schon einigermaßen ein gutes Bild davon, was die Russen treibt, was die strategische Elite Russlands treibt. Wir haben das in den letzten 30 Jahren, und ich habe ein völlig anderes Weltbild als Sie, Herr Hofreiter, gesehen. Es war immer das gleiche Ziel, was sich auch in den Verhandlungen von Istanbul im März 2022 schon widerspiegelte. Haltet uns die NATO vom Leib. Wir können darüber reden, warum. Versucht nicht unsere Bevölkerung, die Russland-affin ist, von uns abzudrängen. Und natürlich brauchen, wollen sie ihre Schwarzmeerflotten Stützpunkte behalten. Das ist das, was sie treibt. Was sie nicht treibt, ist ein Angriff auf das restliche Europa, die Gesamtkontrolle der Ukraine. Natürlich kann sich im Krieg Ziele verändern, wenn sich Gelegenheiten bieten. Deswegen muss man da aufpassen. Wir sind nicht auch dafür, die Ukraine zu stützen. Aber mit Maß. Und wenn wir das wissen, dann kann man natürlich zurückkommen auf das, was wirklich strategische Ziele sind. Was die Russen aus meiner Sicht immer übersehen ist, ihr Fokus ist auf Washington. Sie wollen die nukleare Balance mit Washington halten. Okay, gut. Also ich höre jetzt hier viele verschiedene Gründe. Wenn wir jetzt allein mal bei diesem Bodenschatz-Thema bleiben. Da gibt es ja auch Schlagzeilen dazu. Kampf um Bodenschätze im Ukraine-Krieg. 10 bis 12 Billionen US-Dollar an wichtigen Mineralien. Lithium, Kobalt, Titan, Beryllium, seltene Erden und was weiß ich, was es da noch gibt. Da muss man jetzt aber ganz klar sagen, die Zitate, die du gebracht hast von Seiten der US-Politikern, auch wenn die jetzt in gewisser Weise unaufrichtig sind für das Engagement oder was nach außen getragen wird, sie geben doch schon Preis, worum es dann da geht. Russland auf der anderen Seite hat ja am Anfang, als sie diese Spezialoperation angefangen haben, zum einen die Behauptung aufgestellt, die Ukraine müsste entnazifiziert werden. Geht es dann nicht beiden Seiten einfach nur um diese Bodenschätze und ist es nicht dann von beiden Seiten, vor allem von der einen Person, ich weiß, das ist sehr politisch, man kann da nicht drüber sprechen, wer hat wie angefangen, auf welcher Ebene ging der Krieg in Anführungsstrichen los oder der Kampf um diese Mineralien, wenn es darum geht. Ich frage nur, wie gesagt, das ist hier nicht meine Meinung, aber das ist ja dann von beiden Seiten so und der, der das dann faktisch zuerst angefangen hat mit Truppengewalt und Militär ist dann Russland, wenn es nur um diese Bodenschätze geht oder nicht. Ob das in Ordnung ist oder nicht, da soll es gar nicht drum gehen, sondern, weil ich glaube, dass das Ausmaß an Reaktion vom Westen und wie man sich selber ins eigene Knie schießt in Sachen Sanktionen und was da passiert ist mit beispielsweise Nord Stream, wo dann nicht ermittelt wurde oder einfach die Augen zugehalten wurden, die Ohren zugehalten wurden, das ist alles für mich nicht in Ordnung, aber wollen nicht beide Seiten dann einfach diese Bodenschätze? Ich würde definitiv sagen, ja, also um hier mal ein klares Statement zu bringen, weil das Thema ist ja so aufgeheizt, jetzt bin ich wahrscheinlich, weil ich gegen den Westen argumentiert habe hier pro Putin. Muss ja so sein, kann ja gar nicht anders sein. Man ist entweder schwarz oder weiß. Das ist das Denken von extrem intoleranten Menschen übrigens, die genau das wiederum den anderen vorwerfen. Ich möchte mich hier klar positionieren. Ich bin weder für Russland noch für den Westen. Ich bin gegen den Krieg. Ich bin mir absolut im Klaren, dass Weltmächte immer andere Gründe im Hintergrund haben und die Menschen einer Bevölkerung sind ihnen absolut scheißegal. Es juckt sie null. Es ist Material, welches man an die Front karren kann, wie wir es sehen. Bei Russen, ja, Kriegsgefangene, denen man Straferleichterung gibt und sagt, hier, geh an die Front und dann werden sie verheizt. Und genauso in der Ukraine, wo sie Leute von der Straße wegreißen, da gibt es Dutzende Videos und sie an die Front karren. Das ist es nachher. Es ist Menschenmaterial, welches verarbeitet werden kann, an der Front gegen den Feind eingesetzt. Ich bin mir also völlig im Klaren, dass der Russe genauso mit Entnazifizierung, gibt es in der Ukraine Nazis? Ganz sicher, ja, waren die Ukrainer damals im Dritten Reich auf Seiten der Deutschen, ganz klar, mit die schlimmsten SS-Kampfverbände, die furchtbarste Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung begangen haben, waren Ukrainer. Das ist historisch so bewiesen. Genauso gibt es aber auch jetzt in der russischen Armee gerade Leute, die rechte Symbole tragen, Leute, die nationalsozialistisches Gedankengut haben, ohne Frage. Und mal von dem abgesehen, ist Präsident Zelensky jüdische Abstammung, seine Eltern leben in Israel. Deswegen, ich mache mir da überhaupt gar keine Illusionen darum. Ich sage doch nur, was hier gemacht wird, warum die Leute, wie wir uns noch erinnern, hier in Deutschland mit der ukrainischen Flagge um die Schulter rumgelaufen sind und demonstriert haben, ist, weil man ihnen das Märchen verkauft hat, dass es hier irgendwie um Demokratie und Menschenrechte geht. Es geht nicht darum. Es ging nie darum. Es geht immer um Ressourcen, Macht und Geld. Und man sollte hier mit offenen Karten spielen und den Leuten sagen, hey, wir unterstützen das mit so unglaublichen Geldsummen, weil wir an die Ressourcen rankommen wollen. Wir wollen sie und wir wollen nicht, dass der Russe und der Chinese sie kriegt. Also um es zusammenzufassen, beide Seiten nennen noble Gründe für die Aktion, die sie ausgeführt haben. Am Ende des Tages versucht man sich damit, dann immer auf eine höhere moralische Instanz zu bringen, um Zustimmung von seiner Bevölkerung zu kriegen. Am Ende des Tages, finde ich auch ganz klar, sollte man hier auf keiner Seite sein. Die einzige Seite, die man in einem Krieg vertreten sollte, ist die Seite der Zivilisten, der Unschuldigen, die dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden und am Ende Opfer der Situation sind. Und das wollte ich einfach nur damit nochmal ausführen, weil ich bin da ganz klar nicht in irgendeiner Weise auf einer der beiden Seiten, sondern man muss hier einfach, es ist einfach nicht schwarz-weiß. Weder auf der Seite des Westens, weder auf der Seite von Russland. Man muss hier ganz klar einfach, ja, das Ganze differenziert betrachten und ganz klar sagen, beide Seiten bringen ihre super glorreich, noble klingenden Gründe am Ende des Tages. Ist es etwas dazwischen? Genau. Und Kian, und das ist ja auch der Grund, wenn du willst, dass die Masse die Waffen in die Hand nimmt, sich von der Frau verabschiedet, sie küsst, von den Kindern die küsst, ich tue das jetzt mal wirklich so bildlich, ja, für die Leute, die hier ja keine Ahnung mehr haben, wie es im Krieg war, die sich vielleicht nicht mit dem Zweiten Weltkrieg sehr intensiv beschäftigt haben, wenn du dich die Zeit nimmst, dich zu verabschieden und du weißt nicht, ob du jeweils wieder deiner Frau, deinem Sohn, deiner Tochter in die Augen blicken wirst, weil du für irgendeine Macht und ihre hinteren dunklen Interessen auf das Schlachtfeld geschickt wirst, um dort zu sterben, ja, wenn du das machen sollst, dann funktioniert das natürlich nicht, wenn die sagen, ja gut, wir versuchen, die Lithium-Ressourcen dieses Landes zu sichern für unsere eigenen Interessen, damit sehr reiche Leute in unserem Land noch mehr Milliarden haben und du bist, wenn du Glück hast, vielleicht angestellt in irgendeiner Firma dann, ja, verstehst du, ich meine? Also musst du andere Gründe finden, um die Leute kriegstüchtig zu machen und schauen wir uns das doch mal jetzt gerade an, 12. Juni, ganz neu, Pistorius stellte am 12. Juni den neuen Wehrdienst vor, Zitat, Am Anfang steht die Erfassung derjenigen, die im wehrdienstfähigen Alter sind. Männer und Frauen werden angeschrieben, ihnen wird ein Fragebogen zugeschickt. Dabei werden auch die körperliche Fitness und die Motivation abgefragt. Die Motivation. Die Beantwortung ist für die Männer verpflichtend und für die Frauen freiwillig. Ein Teil der jungen Männer, die den Fragebogen ausgefüllt haben, wird aufgefordert, sich mustern zu lassen, also zur Musterung zu kommen. Frauen können sich freiwillig einer Musterung unterziehen. Die geeignetsten und motiviertesten werden ausgewählt. Ausgewählt für was? Ausgewählt für was, Freunde? Und da muss ich sagen, die ganzen Leute in unserer Politik, die es nicht begriffen haben oder denen es scheißegal ist, weil sie sich sagen, ich werde nicht kämpfen, meine Töchter und Söhne nicht. Gibt es ja dieses ganz bekannte Video von Ursula von der Leyen, wo sie gefragt hat, sind ihre Kinder denn bei der Bundeswehr? Und sie sagt, natürlich nicht. Diese Leute genauso bei, ich weiß nicht, ob du das kennst, Jan, gibt es bei Twitter oftmals Videos von den Söhnen und Töchtern von Ministern in Russland und der Ukraine, natürlich genauso, von russischen Medvedev beispielsweise, aber auch aus der ukrainischen Politik, die in Monaco rumlaufen, mit der goldenen Rolex am Arm, die den Rolls-Royce fahren, die weit weg sind von den Schrecken des Krieges, die nichts zu befürchten haben, während man hier schaut, dass man die Ukrainer, die beispielsweise in Deutschland sind, dazu bekommt, wieder in die Ukraine zurückzugehen, um dort auf dem Schlachtfeld zu kämpfen. Und das finde ich einfach widerlich. Und da äußere ich mich ganz klar dazu, Krieg ist das Furchtbarste, es ist die Hölle auf Erden. Und ich will nicht in irgendeiner Art und Weise wieder in den nächsten Konflikt reinzuziehen. Es ist mir scheißegal, wer daran verantwortlich ist oder nicht. Es ist mir völlig egal, welche Geschichten er mir erzählt, warum der geführt wird. Wir wissen, es geht wie in jedem anderen Krieg in der Geschichte davor, immer um Macht, Einfluss und um Bodenschätze meistens. Und ich will damit nichts zu tun haben. Und ich will damit nichts zu tun haben.